Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Tut mir leid, dass kein Video dieses Wochenende von mir kommt, weil ich bin also Stress pur mit der Badumbauerei und so, weil wir müssen vorankommen und da hatte ich jetzt auch keine Zeit und ja wie gesagt also keine Zeit jetzt noch ein Video zu schneiden, gestern Abend, ich habe zwar angefangen, aber das ist so viel, weil verschiedene Kameraperspektiven jetzt noch dazu gekommen sind und da ist wirklich viel, da brauche ich bestimmt ein paar Stunden, um das Video fertig zu schneiden. Das Fragevideo wird auch die nächsten Tage dann eventuell fertig gemacht, weil es auch ein bisschen umfangreicher ausfallen wird und ich wollte euch jetzt nur Bescheid sagen, seid nicht traurig, dass dieses Wochenende kein Mike on the Road Video kommt und also ich gebe mir Mühe und versuche das so schnell wie möglich zu beheben, das Problem, dass wieder ein Video kommt, aber ich denke mal ist auch in eurem Sinne, dass ich das jetzt nicht einfach so zusammenhacke und sage, hauptsache ihr habt was zu gucken, als soll ja auch ein bisschen, bisschen vernünftig zusammengeschnitten werden und von daher vergebt mir, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder einen schönen restlichen Sonntag und eine neue Woche, die bei mir denn in dem Fall mit Arbeit verbunden sein wird, mit Fliesen, mit allem drum und dran, Fußboden verlegen, also es wird wenig Zeit vorhanden sein, um halt videotechnisch irgendwas zu machen, aber ich gebe mir Mühe und will euch ja nicht enttäuschen, also von daher vergibt mir, dass dieses Wochenende kein Mike on the Road Video kommt, also in diesem Sinne, tschüssi und bye bye.